Hallo und willkommen bei Hardware-Rad. Hier die nächste Folge Fragen und Antworten. Hallo Hardware-Rad. Wenn ich zwei RX 480 4 GB habe, ist es dann schlechter, als wenn ich zwei RX 480 8 GB nehme? Also erstmal rate ich generell davon ab, zwei RX 480 zu nehmen. Entweder spart man etwas Geld und nimmt dann dafür eine GTX 1070 oder man gibt etwas mehr Geld aus und nimmt dann eine GTX 1080. Weil Crossfire bringt ja sehr viele Nachteile mit sich. Aber die RX 480 mit 4 GB im Crossfire zu nehmen, das ist vollkommener Schwachsinn. Weil das Crossfire-Gespann ist von der FPS-Leistung her ähnlich wie eine GTX 1080. Man kann ja Single-GPU-FPS nicht direkt mit Dual-GPU-FPS vergleichen. Reichen bei 4 GB bei weitem nicht aus. Die GTX 1080 hat ja auch 8 GB, was da auch Sinn macht. Nächste Frage. Ich habe mir den i5-7500 gekauft und habe ein B150 Bazooka-Mainboard mit alten BIOS. Wie bekomme ich das System ans Laufen, wenn man ja ein BIOS-Update braucht für Kaby Lake? Das geht nur mit Hilfe eines alten Skylake-Prozessors. Du musst dir also einen Skylake-Prozessor besorgen, diesen dann aufs Mainboard draufmachen, das BIOS updaten und erst dann kannst du den neuen Prozessor draufbauen. Hey Hardware-Rad, soll ich mir die SK-Hinix SL308 250 GB oder die Sandist Ultra 2 240 GB holen? Ganz klar die SK-Hinix, die ist wesentlich besser. Ich bekomme ein MacBook Air und wollte fragen, ob man dort Spiele wie Battlefield auf den niedrigsten Einstellungen mit über 30 FPS spielen kann. Leute, bitte keine Scherzfragen unter meinen Videos. Kann ich einen 2400 MHz RAM auf einen 2133 MHz Mainboard draufpacken? Ja, das geht schon, der taktet sich dann halt herunter. Es sei denn natürlich, der Prozessor unterstützt mehr RAM-Takt, dann kann man wahrscheinlich ihn auch auf 2400 MHz betreiben, obwohl das bei Mainboard nicht angegeben ist. Ich habe da so eine Frage. Mein PC schaltet sich immer automatisch aus, wenn ich meinen CPU-Kühler auf Standardeinstellungen kühlen lasse und den Prozessor nur leicht belaste. Habe ein i3-6100. Jetzt habe ich die Drehgeschwindigkeit des Kühlers auf Maximum gestellt und erst jetzt kann ich meinen PC mal länger als eine Stunde betreiben. Kann mir jemand eine Lösung vorschlagen? Erstmal stimmt da etwas nicht. Es kann nicht an der Prozessortemperatur liegen, weil wenn der Prozessor zu heiß wird, taktet er sich so weit herunter, bis er nicht mal zu heiß werden kann. Hier ist etwas anderes falsch. Benutzt du ein älteres Windows, das du nicht aktiviert hast, weil das fährt sich nach einer Stunde automatisch herunter. Oder vielleicht ist ja was mit der Spannungsversorgung am Mainboard. Hier muss man auf jeden Fall rumtesten, an was es liegt. Hallo Hardware-Rad, ich habe ein Problem. Ich möchte gern streamen, aber meine Leitung macht nicht mit. Bringt es, wenn ich per USB ein weiteres LAN-Kabel hinzufüge? Nein, weil ja deine Leitung dafür schuld ist und nicht die Anbindung zwischen dem Router und deinem PC. Mein Hardware-Rad, ich habe für meinen PC eine weitere Festplatte eingebaut und die ist mit dem Mainboard verbunden und auch mit dem Netzteil verbunden. Aber Windows zeigt die Festplatte nicht an. Woran liegt das? Also Windows zeigt sie schon an, aber nicht im Festplattenordner wahrscheinlich. Du hast die Festplatte einfach noch nicht partitioniert. Geh in den Partitionsmanager von Windows, da kannst du das dann machen. Beziehungsweise, das heißt Datenträgerverwaltung, soweit ich weiß. Ist der i3-7350K schon fast ein i5-Killer? Nein, ist auf jeden Fall kein i5-Killer, weil vier echte Kerne sind immer noch besser als zwei Kerne mit Hyperthreading. Profitiert eine APU G4560 vom RAM? Ja, also profitieren tut sie auf jeden Fall sehr, sehr stark von schnelleren RAM. Aber die Sache ist halt beim G4560, die GPU ist einfach viel zu schwach zum Zocken. Und wenn du nur solche Bürosachen und so weiter machst, wäre sie viel zu stark, sodass du eigentlich gar nicht den schnellen Arbeitsspeicher benötigst. Kann mir jemand erklären, was Erden ist und ob es unbedingt notwendig ist? Also Erden ist, wenn dein Körper statisch aufgeladen ist, dass du dich entladest. Unbedingt notwendig ist es eigentlich nicht, weil die Chance ist so gering, dass es im Regelfall auf jeden Fall nicht passiert. Also die Chance geht gegen null, dass du quasi einen Teil beschädigst, bloß weil du dich vorher nicht entladen hast. Was ist eigentlich der Unterschied bei Windows zwischen 32 Bit und 64 Bit? Also erstmal bei 32 Bit kann nur maximal 4 GB Arbeitsspeicher genutzt werden, real 3,5 GB. Und damit hat der Arbeitsspeicher auch nur noch die halbe Geschwindigkeit, also lieber 64 Bit nehmen. Hallo Hardware-Rad, ich habe vor, mir einen neuen PC zusammenzubauen und wollte eigentlich die Festplatte meines aktuellen PCs reinpacken, ein Fertig-PC, und ich wollte fragen, ob es möglich wäre, die Festplatte mit alten Key im neuen PC zu aktivieren. Das kommt drauf an, ist ein alter Key am Mainboard gebunden, dann nicht, wenn nicht, dann geht's. Was muss ich bei einem PC für Streaming, YouTube, Schnittrendern etc. beachten? Du brauchst eine Grafikkarte, die von der Leistung ausreicht, es muss nicht mal sonderlich stark sein, Arbeitsspeicher muss genügend sein, mehr als genügend ist unnötig, und du brauchst massig CPU-Leistung. Je mehr CPU-Leistung, desto besser. Ich habe letztens gelesen, dass man auch einen USB-Stick als RAM benutzen kann. Lohnt sich das? Nein, das lohnt sich kein bisschen. USB-Sticks sind arschlangsam, also in der Regel sind die arschlangsam, nur die teuren sind gut. Wenn dein Arbeitsspeicher mal voll ist, dann wird auf dem Speicher in deinem PC ausgelagert, und das ist im Idealfall eine SSD. Du machst ja immer PCs, die eine gute Leistung haben. Kannst du mal einen PC bauen, der zwar weniger Leistung hat, aber dafür top aussieht? Nein, das kann ich nicht und werde ich auch niemals machen. So, das waren dann alle Fragen, aber ich habe noch eine Frage an euch, dazu habe ich dann hier auch eine Abstimmung gemacht. Ich habe die Idee, dass ich das Fragen- und Antworten-Format, so wie es jetzt ist, einstampfe, und daraus ein Fragen- und Antworten-Livestream mache. Der Livestream wird danach natürlich auch weiterhin auf YouTube hochgeladen sein. Bitte mal abstimmen, was ihr davon haltet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.